Da kommen wir schon mal nicht mehr rein. Aber man läuft nicht. Da kommen wir schon mal nicht mehr rein. Meine Augen haben schon den ein bisschen Pumperlomen und von Katzen Über den Wolken Ich werde heute zwei Texte vorlesen Der erste Teil aus einem Buch Der erste Teil aus einem Buch Schönen die da oben haben, die Kinder haben sie Komm, komm, mein Chef Wenn es gerade Na, wie ich zeigen will, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Ich bin sehr gut, aber ich kann nicht so viel fressen, wie ich meine, ich kann nicht so viel fressen. Überall verteilt. 3, 2, 1 2, 3 3, 2 3 4 5 5 7 8 8 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Aufmachen! Aufmachen!